Herr Imhoff, im Frühjahr dieses Jahres ist Ihr viertes Buch erschienen mit dem Titel «Wohin unsere letzte Reise geht». Was hat Sie veranlasst, sich mit diesem eher speziellen Thema auseinanderzusetzen? Seit Jahrzehnten hat mich dieses Thema interessiert und fasziniert, weil ich wissen wollte, was kommt nach dem Tod. Es ist eigentlich die Urfrage der Menschheit, seit eh und je gestellt. Und ich stelle fest, dass die wenigsten eine Ahnung haben, was wirklich passiert, wenn der Mensch stirbt. Vor kurzem wurde eine Schauspielerin befragt, ob sie ihre Eltern und ihre Angehörigen nach dem Tode noch einmal sehen möchte. Und sie sagte, daran glaube ich nicht, obwohl sie sich als religiös bezeichnete. Also schliesse ich daraus, dass nicht nur Sie, sondern die meisten Menschen vage, unsichere und falsche Vorstellungen haben über das Leben nach dem Tod. Woher nehmen Sie das Wissen, um diese Fragen glaubhaft beantworten zu können? Ich habe mich natürlich seit Jahrzehnten orientiert nach jenen, die mehr wussten, als ich selber weiß. Das sind vier Quellen zu berücksichtigen. Erstens die Nahtoderfahrungen, von denen heute sehr viel berichtet wird. Es gibt unzählige Menschen, die nach einem schweren Unfall oder nach einer Krankheit aus ihrem Körper ausgetreten sind, sozusagen mit einem Bein im Jenseits standen und wie sie zurückkamen, berichten konnten, was sie in der astralen Welt gesehen und erlebt haben. Das Zweite wäre die Nachtoderfahrungen. Es gibt immer wieder Menschen, die nach ihrem Tode zurückkehren. Und wer da behauptet, es sei noch niemand zurückgekommen, der ist einfach nicht informiert. Unzählige Menschen sind zurückgekommen, haben sich materialisiert, kurzfristig, und berichtet, wo sie sind, wie es ihnen geht und wie es im Jenseits weitergeht. Schlussendlich habe ich eine große Menge an Büchern gelesen von medialen Jenseitsdurchgaben. Die Literatur ist immens. Und es gibt wirklich Menschen, die die Begabung haben, die die Veranlagung haben, von Kind auf, sozusagen in eine andere Wellenlänge zu sehen, zu hören, zu fühlen und zu empfinden und verstorbene Menschen in der Jenseitswelt begleiten und uns schildern können, wie es da weitergeht. Und schlussendlich, als vierte Überlegung, muss ich mich selber fragen, was ist denn an mir sterblich und was ist an mir unsterblich? Und so komme ich zum Schluss, ich bin eigentlich ein todloses Wesen. An mir stirbt nur der Körper, also muss ich mir Gedanken machen, was denn meinem geistigen Wesen entsprechend nach dem Tode folgt. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie in Ihrem Buch aus diesen Untersuchungen und diesen Überlegungen? Die wichtigsten Schlussfolgerungen sind die, dass die Ansichten der meisten Menschen und die Theorien der Kirchen falsch sind. Ich möchte vier Irrtümer erwähnen. Der erste Irrtum ist der, und der ist mir dem materialistischen Denken zuzuschreiben, dass nach dem Tod alles aus ist. Das ist grundfalsch, das werde ich noch belegen. Es geht nach dem Tode weiter. Zweite falsche Ansicht ist die, der Theologen und Philosophen, dass Körper und Seele eine substanzielle Einheit bilden. Ich kann mich erinnern an einen Professor an der Universität, der zu uns sagte, man kann die Seele nie ohne den Körper und den Körper ohne die Seele denken. Und das ist natürlich falsch, und da kommt schon die Frage auf, was ist denn Seele? Ich komme nachher darauf zurück. Und ein weiterer Irrtum besteht darin, dass behauptet wird, und Luther war einer, jener, die das als Glaubenssatz aufstellten, nach dem Tod folgt, der Todesschlaf. Die völlige Bewusstlosigkeit, ein Schlafzustand, der bis zum Ende der Zeiten, also bis zur Auferstehung führen soll. Auch das ist falsch. Und schlussendlich muss ich sagen, der Mensch besteht nicht aus einer Einheit, wie die Materialisten glauben, aus Körper. Auch nicht, was die Theologen und Philosophen meinen, er besteht aus Körper und Seele, sondern ich bin der Meinung, er besteht aus einer Dreiheit. Körper, Seele und Geist. Vergleichsweise möchte ich sagen, der Körper ist das Fahrzeug, die Seele im psychologischen Sinne ist die Betriebsenergie, und der Fahrer, das ist der Geist. In der Schwangerschaft steigt der Geist, der vorher schon existiert, in einer geistigen Welt, in diesen Körper ein, und im Tod steigt er wieder aus. Und das ist eigentlich alles. Also wir verwechseln zu sehr Körper und Seele miteinander und halten das zu wenig auseinander. So können wir also behaupten, und sagen, ich habe einen Körper, ich habe eine Seele, aber ich bin ein geistiges Wesen. Hier würden Sie einem Zweifler beweisen, dass es nach dem Tod nicht einfach zu Ende ist, sondern dass es weitergeht. Also ich würde diesem Zweifler sagen und zu bedenken geben, dass der Mensch eine Dreiheit von Körper, Seele und Geist ist, und dass nach dem Tod nur der Körper stirbt, die Seele als Betriebsenergie geht, soweit sie nicht aufgebraucht ist, weiter in die jenseitige, astrale Welt, und der Geist als Fahrer dieses Fahrzeugs steigt aus und geht weiter, bis er vielleicht in einem späteren Leben oder für ein späteres Leben ein neues Fahrzeug bekommt. Weil der Mensch ein geistiges Wesen ist, ist er geistig tätig. Und tatsächlich, wir können denken, wir können überlegen, wir können Schlussfolgerungen ziehen. Das sind geistige Tätigkeiten, welche das Tier nicht kennt. Und zum Wesen des Geistigen gehört es, dass es nicht materiell ist, dass es also nicht zerstörbar ist, dass es also unsterblich ist, als es nach dem Tode weitergeht. Wie geht nach Ihrer Meinung das Leben in der geistigen Welt weiter? Also zunächst ist zu sagen, dass das Leben weitergeht, dass es nicht zu Ende ist. Der Tod ist nicht das Ende, sondern eine Wende. Es ist nicht ein Untergang, sondern ein Übergang. Es ist nicht ein Abbruch, sondern ein Aufbruch. Und weil das so ist, müssen wir annehmen, dass das menschliche Leben eine Fortsetzung in einer anderen Dimension haben wird. Der Tod ist rein diesseitig gesehen das Ende. Alles andere geht unmittelbar weiter. Es ist weder ein Todesschlaf noch ein ewiges Nichtssein, sondern ein unmittelbares weiteres Existieren in einer anderen Dimension, in einer anderen Wellenlänge, in einer anderen feinstofflichen Körperlichkeit. Im besten Falle macht der Mensch einen Genesungsschlaf, einen Anpassungsschlaf durch, kurzfristig, indem er sich erholen kann, indem er gestärkt wird, indem er dann fast wie verjüngt wieder zu sich kommt. Gibt es nach Ihrer Meinung in der Jenseitswelt verschiedene Abstufungen, verschiedene Verdichtungsgrade? Ja, das gibt es und muss es ja auch geben, weil jeder, der drüben ankommt, nicht in der gleichen Situation ist wie der andere. Je nachdem, wie er gelebt hat und je nachdem, welchen geistigen Entwicklungsstand erreicht hat, kommt er in einen Bereich, der seinem inneren Wesen entspricht. Und da unterscheide ich grundsätzlich drei Bereiche. Das sind keine Örtlichkeiten, sondern Schwingungs- und Stimmungszustände. Und da kann man unterscheiden die Lichtwelt, die Dunkelwelt und dazwischen die Schattenwelt. Wir können annehmen, dass jeder Mensch, überhaupt jedes Ding, von sich aus strahlt. Es gibt kein künstliches Licht in der Jenseitswelt, sondern jedes Wesen, zeigt sich in seinem inneren Licht. Und wer ein großes inneres Licht hat, der findet sich unmittelbar in der Lichtwelt. Wer aber in einem schattenhaften Dasein gelebt hat, in unserer Unwissenheit, in Gleichgültigkeit, schon in diesem Leben, der kommt eben in eine schattenhafte, neblige Welt, wo er zuerst seinen Weg suchen muss. Und die Dritten, die in der völligen Dunkelheit geliebt haben, die Atheisten, die Nichtwissenden, diejenigen, in welcher jede geistige Wahrheit ablehnten und leugneten, die reinen, materialistisch denkenden Menschen, die eben aus sich kein geistiges Licht strahlen lassen können, die kommen automatisch in eine Dunkelwelt. nur sind das nicht Dauerzustände. Ich glaube nicht an eine ewige Hölle oder an ein ewiges Wegfeuer oder an einen ewigen Himmel, nur weil man sich im Leben nach irgendwelchen Vorschriften von Kirchen und Konfessionen gehalten hat, sondern man zieht Bilanz nach dem Tod über sein eigenes Leben. Und je nachdem, wie diese Bilanz, diese Schlussrechnung ausfällt, wird dann die nachfolgende Stufe bloß die Konsequenz dieser Bilanz sein. Und diese Bilanz wird den Verstorbenen sozusagen wie in einem Film vorgeführt. Es ist der sogenannte Lebensfilm oder das Buch des Lebens wird geöffnet. Es gibt in der geistigen Welt eine Datenbank, eine Chronik. In Indien spricht man von Akasha-Chronik, wo alles aufgezeichnet ist an wesentlichen Dingen, die der Mensch in Gedanken, in Worten und in Werken während seines Lebens gedacht, gesprochen und getan hat. Bleibt der Verstorbene in der Jenseitswelt immer gleich oder gibt es da auch eine Wesensänderung, die stattfindet? Zunächst ist der Übergang geradezu nahtlos. Der Verstorbene bleibt, was er vorher war. Man könnte sagen, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Aus einem Verbrecher wird nicht ein Heiliger und aus einem Dummkopf kann nicht ein Genie werden, sondern der Mensch, wenn er gestorben ist, bleibt in seinen Gesinnungen, in seinen Anschauungen, in seiner Haltung, in seinem Welt- und Menschenbild dergleiche. Das Einzige, was wechselt, ist, dass er nicht mehr einen grobstofflichen Körper hat, aber er hat einen feinstoffigen Körper. Er kann auch die Hände ineinander halten oder falten. Also, der Mensch bleibt zunächst der Gleiche. Und er bleibt der Gleiche in seiner Gestalt, in seinem Geschlecht, in seinem Aussehen. Das alles ändert sich nur langsam in Etappen und allmählich. Deshalb ist es so, dass wenn verstorbene Menschen sich wieder materialisieren und den Hinterbliebenen zeigen, sind sie erkennbar an ihrem Wesen, das das Gleiche ist wie vorher. Man erkennt den verstorbenen Vater, verstorbene Mutter an ihrem Aussehen. Was sich aber verändert, das ist mehr die seelische Haltung. Ob ein Mensch ein Liebender oder ein Hassender war, das zeigt sich natürlich nachher auch, je nachdem, in welche Welt er kommt. Und was sehr typisch ist, er dreht in der Jenseitswelt, bildlich gesprochen, das entsprechende Kleid. In der Dunkelwelt ist das Kleid nur ein lumpiger Fetzen. Unansehnlich und hässlich, wie ist ein Inwendiges auch. In der mittleren Welt, in der Schattenwelt, hat er vielleicht eine Umhüllung, die wie ein Mantel aussieht oder wie eine Ballerine. In der Lichtwelt aber hat er ein lichtvolles Kleid, vielleicht schön geschmückt sogar. Man sieht es ihm an, wer er ist. Und noch etwas ist wichtig, nachher wird die Innenwelt zur Außenwelt. Der Mensch sieht sich selber in der Außenwelt, er begegnet sich sozusagen selber und sieht, wer er ist. Die inneren Werte kommen auch an den Tag. Eine Frau, die in Luxus und Reichtum gelebt hat, kam in der Jenseitswelt in eine armselige Hütte. Dann hat sie bei Engeln reklamiert und gesagt, das kann doch nicht sein. Und man sagt dir, mit dem wenigen Material, das du uns ins Jenseits geliefert hast, konnten wir dir keine bessere Wohnung verschaffen. Also jeder macht sich seine Umwelt selber nachher. Herr Imhoff, es wird immer wieder behauptet, dass der Mensch unmittelbar nach dem Sterben vor dem Richterstuhl Gottes zu erscheinen hat. Was meinen Sie zu dieser Vorstellung? Diese Vorstellung ist meiner Meinung nach grundfalsch und hat ganze Generationen in Angst und Schrecken versetzt. Ein 95-jähriger Mann sagte mir kürzlich, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber vor dem da oben. Es ist undenkbar für mich, dass der Mensch kurz nach seinem Tod eine so grandiose Wandlung durchmachen müsste oder könnte, um vor das Angesicht Gottes zu treten. Hat Gott überhaupt ein Angesicht? Wir können über Gott nur sagen, was er nicht ist, nicht aber, was er ist. Und diese Theorie vom Richterstuhl Gottes und vom letzten Gericht ist eigentlich altägyptisch. Da wurde die Seele des Verstorbenen aufgewogen mit der Federmat. Aber das ist ja bloß ein Bild. Nein, der Mensch kommt nicht vor das Angesicht Gottes, wenn er stirbt. Das ist völlig ausgeschlossen, das wäre ein Quantensprung außerordentlicher Art. Sondern er kommt zu sich selbst zunächst und in eine nähere Umwelt, die er selber geschaffen hat. Natürlich spielt es eine Rolle, wie weit sein Leben zu beurteilen ist. Es findet auch eine Art Gericht statt, aber nicht sofort nach dem Tod und erst später vor Richterengeln, also vor Engeln, die mit ihm zusammensitzen, zusammenstehen und versuchen, sein bisheriges Leben zu beurteilen. Sie werden ihm sagen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und die Folgen sind nicht Strafe und Buße, sondern die Einsicht, was hätte besser sein können und vor allem wird aufgezeigt, wohin der Weg zu einer Besserung führt und wie er seine Untaten wiedergutmachen könnte. Also die Wiedergutmachung ist das wesentliche Element und diesem sogenannten Jenseitsgericht. Nicht Strafe, nicht Verdammnis, sondern Einsicht in die bessere Welt des Geistes. Auf was kommt es also an, wenn es darum geht, nach dem Tode Recht und Gerechtigkeit zu erfahren? Nach dem Tod ist nicht entscheidend, in welcher Konfession er gelebt hat, wie oft er in die Kirche gegangen ist, sondern nur was er an Gutem getan hat. Und zwar das Gute in Gedanken, in Worten und in Werken. Das spiegelt sich nachher in seinem Inneren und in seinem Äußeren in der geistigen Welt. Deshalb hat der Kirchenlehrer Augustinus mal sehr schön gesagt, Liebe und im Übrigen tue was du willst. Also nicht die vielen guten Taten sind entscheidend, sondern nur die Liebesdaten. Nachdem wird der Mensch in der jenseitigen Welt beurteilt. Ist der Mensch auf seiner Jenseitsreise ganz auf sich allein gestellt oder kann er auch Hilfe beanspruchen? Wenn der Mensch in die jenseitige Welt kommt, wird er ja in der Regel von seinen Angehörigen begrüsst und empfangen, vielleicht von seinem Schutzengel, und seinem Geistführer. Nur die, die nicht an eine jenseitige Welt glauben konnten, die fühlen sich allein und auf sich gestellt, weil sie gar nicht glaubten, dass da irgendjemand sie in Empfang nehmen könnte. Aber sonst sind tatsächlich Wesenheiten da, verstorbene Angehörige, Engelwesen, die ihn in Empfang nehmen, die ihn orientieren und aufklären, wo er jetzt geht mit ihm, was er jetzt als nächstes zu tun hat. Also er fühlt sich nicht allein. Und auch die Angehörigen, die zurückgeblieben sind im Leben, haben die Möglichkeit, ihm liebende, gute, segnende, wohlwollende Gedanken zu senden. Also es ist kein Unterbruch im Sprechfunk mit den Verstorbenen, vor allem für die, die daran geglaubt haben, an diese Möglichkeit. Also lassen wir die Verstorbenen niemals allein mit sich in der Jenseitswelt den Weg finden, sondern weisen wir ihm den Weg. Erinnern wir uns immer wieder mit Freude und Liebe an die jene, die von uns gegangen sind. Das gibt ihnen Wärme, gibt ihnen Hilfe und gibt ihnen Liebe. Ich möchte schliessen mit dem schönen Gedicht von dem jenseitigen Dichter Ephides Einmal wird das Ende aller Erfahrt sein. Müd geborrte Hände ziehen die Ruder ein. Leise ruft der Rufer allen Sturm zur Ruh. Einem anderen Ufer treibt er nachher zu. Die vor mir gingen schauen nach mir aus, um mich heim zu führen in mein ewiges Haus. Dankbar senke ich nieder in den Silbersand und nimm mich nimm mich wieder seliges Sommerland. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.